Bruce Lee, die große Kampfmaschine. Und das ist Chop Soon, sein großer Freund. Karate, Taekwondo, Taichichuan, Hindo und Cheekwondo, die tödliche Waffe, die Bruce Lee entwickelte. In Bruce Lee, die große Kampfmaschine. Was ist denn mit Ihrem Gesicht los? Das sieht ja aus wie eine verschrumpelte Pflaume. Warten Sie, ich helfe Ihnen nicht. Ich ziehe es wieder auseinander. Oh, was da für ein edler Charakterkopf zum Vorschein kommt. Die Idiot! Super Komik und Super Action. Viele haben versucht, ihn zu kopieren, ihm nachzueifern, aber keiner hat sein Können je erreicht. Es gab nur einen Bruce Lee, die große Kampfmaschine. Wir biegen jetzt ab, fahren nach Südwesten. Bruce Lee, die große Kampfmaschine. Eine erdarmungslose Jagd durch den Dschungel von Malaysia. Was ist denn nun schon wieder los, du Eierkopf? Seine Fäuste spucken Feuer. Bruce Lee, die große Kampfmaschine.